Joller zum Baski wir kommen auf den besten Kanal zu YouTube Lügen darf man nicht sagen nein jetzt wird es aber peinlich Alter auch Julian du planierst mein stream du planierst mich du planierst mich Julian heul Julian heul für dich alleine aber nicht für meine kühlt nein nein ja okay gegner greift nicht an greift nicht an nein greift nicht an Jason sind schwitzer kommen wir greifen nicht an hier fallen auch Julian kann mir ist nicht schon wieder von mir ankreisen ein ob die leute ein abgestoppt hab einen hab einen hab noch einen hab einen hab noch einen nein du nazi kind der nazi kind hatte was ist der nazi kind zu stimmen ist doch aber eigentlich so guck mal wie die reinkommen wie die größten go los wir beruhig dich jetzt mal du wirst mir ein bisschen hier so aggressiv schön das kann ich gar nicht von leuten nein hab ich doch ach so ja fick dich Julian ja ich glaub du schützt ich glaube ich bin du schützt ich glaube ich brauche ich bin ja ich habe ich habe ich habe ich habe das ich habe ich habe die epischen da habe ich glaube ich den ersten epischen in mein stream als du hast ja auch was juni haben sehr witzig ja hier habe ich auch schon gespendet werden ich gleich auch ich habe für 25 abonnenten ich auch hier nur da drei leute noch oder 95 hat kein geld man kennt ihn man kennt ihn wie man kennt ihn spende mir mal was oh mama genommen seine mama hä ja ich schieße ein bisschen darauf weil die gar nicht nur kann man wirklich bei dir spenden wie viele abonnenten hast du ich kenne etwas eins mehr kurz leise sein vier leute ein squat glaube ich ich bin dann komplett am arsch faktiker zu sich um mein leben ist einer alleine ist dann das stimmt dann ein du hätte sind die auch da du junge wirst du nicht mehr da was zu flüchten sind dann ein loch ja 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 und sieh doch wenn er mich jetzt an hätte jetzt verstehe ich die welt nicht mehr der gar das ihre mann da macht kein auge das der letzte und die gar der arme und mit der falle treten oder der arme artikel mein erster epische die gar junge der arme diga was kommen erste die habe ich den stück digga da hat mir schon ein bisschen leid getan ich kenne die bläder und helsen wir gucken ins team an dass es dann bitte ausmachen weil stört Ey Julian, jetzt reicht's mir! Dankeschön! Wir haben dich fühlt! Hör auf, Jutsi, mach das aus! Julian, ich abonniere dich! Hopp ich! Ich kann nur einfach nur da drin, es fehlt, Alter! Ich krieg's dann auch wieder, ich weiß nicht mehr! Was ist? Ach so, du siehst Dinger! Ich siehst die Tür nicht! Oh mein Gott, wie süß! Ein Esel! Jetzt die Ausländer! Ach mit lang! Wallah, guck mal, da ist dein Vater! Zum hohen Sohn, guck mal dein... Hehehe! Danke... Na... Okay... Na! Ey! Okay, bevor ich reinfange, will ich gleich was verlassen! Nach den Bänden musst du zeigen, dass der nicht schließt, muss ich was aber! Heute mal MW... MWD-Basta, was ist das? Mal MWD-Basta, was ist das? Achein! Was war das? Ah, was war das? Ich habe das? Uh! ich habe 26 abonnenten kann warte wird gesagt kannst du mich grüßen ich grüße chasen aber jetzt habe ich ihn grüßt der wahre ehre man lacht ludweg wieder wer ist jetzt in meinem stream drin alles abonniert doch bitte abonnieren hätte ich also sechs abonnenten ich habe 26 julian habe ich richtig überholt also ich hatte 17 rt 23 nicht böse gemeint ich würde sich angeben julian aber ich habe dich schon richtig gut ding überholt warte und römen erhilfe kann ich doch nicht sagen schau ab jungs schau ab ich hole der schatzkiste als ob die da seid was für ihre männer weiß wisst ihr jungs ich könnte ganz mit könig hier ich kann meine dinger die nämlich für sport macht das ist meine priestos die straße 8 wie die kalt er laufen laufen können wir in der bundan denn ja ja aber ich weiß dass die kinder schießen die reihe nein 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 schießen darf ich vor dienst zu sagen dein ding chasen d oder nicht was sie sagen denn er im namen chasen darf sagen auch die reihe chasen die pin hier ohne wie heißt es auf jeden fall da heißt du falls sie ihn besuchen wollt weil es so gut ist besucht die handel lilla handelha nein digga ihr müsst kommen bitte der schatz ist genau da bei den leuten wo gegner ist zwei sogar ich will die schatzung qualifield neben ich habe herr kommt hier der rufschauber ist noch da dicker der rufschauber ist da julian der rufschauber ist da der rufschauber ist da oh mein gott julian der rufschauber ist da gleich was kommt war ein schulern bitte aber die die finio Prozent die die kalte sich straße auch ich weiß nur ich weiß nur in hohen hochhaus bei welchem stockhoch das wenn man mutter gewachsen ist nur fragt weil es gibt nein nein egal der will man sich in frauen müssen nur warum fragt sie müssen ja mehr ja julian will aber so was immer so bei mir geht das oder nils kommt mal zu mir der wo zu mir kommt bekommt es gar uninteressant ja goldene kein blick ganz normale julian hier tschuldigung dass ich abschaube die kundin hat schießen kommen minis schießen kommen minis unten zu lobby kommt jemand die mini mitnehmen ich kann nicht sofort der wohl jetzt mit seiner freude jetzt reden aber auch von dir julian wenn du willst das weiß ich was noch julian also ich habe als vorder der wird alleine julian schilder finde ich weiß was sie dann machen wir die machen und zur stadt kaputt und gegner piratenlager aber mit der haute ab wie eine hohe und schlumpf jungs hilfe ich wollte jemand anschießen piratenlager glaube ich nicht nicht die gabi die ich versuche um runter zu schießen was die 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 hilfe oh mein gott hilfe oh mein gott mein herz digga ich brauch so was für hilfe jason bitte schütze mich schütze ich digga bitte und die gleiche konnte mit so dass jose helfen alle aufs mission die schwester Hey Yala, ich mach bitte. Ich denke. Alhamdulillah Leute ich dem Schwitzerskin Ich kann Aguila Aguila Lula Warum Komm doch einfach zu unserer Schule Wie Wie meinst du zu jem? Warum 13.30 Uhr einfach zu unserer Schule? Ich weiß was Was? Ah Francie Kasselol 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 mit der käppi da war ein klein junge julian staubst du ab junge kinderalter stellt euch mal normal und nicht als wieder meine mit meine regeln würde ich mal sagen da ist ja ein teil gebaut nur ein teil nie ja natürlich wir beide das ist gesagt ja okay mich auch nicht käme ich auch nicht was macht ihr was jetzt stoppen die kohle terminiert der schon ehrenloser mich nicht kennen dominik falls sie spüren schulen nun der es wie wenn wir weiter kann man weiter dass ich was gesagt ja hast du nicht man muss sagen alles kann ich bin so aufgewachsen mein gott junges hängt was das kohler naturjoghurt nein ihrer tatte nicht oh mein gott ein hp genau ein hp ja guck mal hin alter ich kann man piek echsen peach komm du dann sagst du doch mal vor mir da war ich besser als du bin ja war bei mir hängt sie auch weiter michael junge du hank mein neun hp wie viel gibt es gar 35 erik 2.0 hör auf zu kämpfen warum so leute hat der julian wieder sich einen neuen freund gefunden also ein neun freund hat er gefunden der jason 20 kp nein diga egal ehre mann der versucht wenigstens das war nicht so wie juliane direkt wie eine pussy drauf schießen ja johann hat mal so als geheimnisse erzählt etwas ja ich weiß es mir noch nie wie ich gesagt hast aber auch wirklich nicht julian wie kann ich so ein 30er hitzei wie ich wollte es kann tauschen ja für die kapier ich fühlte kp diga hatte kraft nur gern sorry dass ich gekillt habe diese asche noch mit gut julian ich hab dich aus zu sehen gekillt ja auszusehen die gleicher noch für sie kaffee nur du warst du kauf die fresse julian dann halt doch die fresse kommt dann gebe ich dir noch wollte gar keine augen schießt irgendwie keine augen kopf oder was ist auf gar keinen bock wollte ich in jason sandwichen apolips hallo kann ich mitspielen wer bist du und bitte mich auch abonnieren da kann alles ähnlich wichtig der peach baut ihr die ganze zeit der scheiß pyramide mann ich kann nicht mal richtig spielen mann junge richtige peach elias sagt mal welchen jahres also also warte hast du wohl in bittigkeit gewohnt wenn jetzt ja ich würde ich raste aus ich auch die gar wenn es der ist junge ich heul junge der war richtig korrekt ja manchmal junge also kann man dann wieder kontakt davon mich auch nicht noch bitte musik auskommen julian ich hab mir der psn-name drauf und ich weiß drauf wer du jetzt bist bei mir kann es weitergehen Das ist ein bisschen zu tun, Krabbe. Julien. macht ja wer ist es warte bitte abonnieren julian hier zog um mich bitte erwarte beim schatten psn name drauf bitte also bei mir bist du ja drauf schreibt erste psn name drauf und kannst du damit spielen eben in eric julian ist es dieser elias das hat ja ich schreibe richtiger lia ja einfach den gegner der wache schon auch mein gott durch die wand kommt durch die wand julian warte ich muss stabilen noch kurz nicht kennen sag große du klein ja elias oder elias ja also im lehrzeichen oder warte hatte so warte ist ja ich habe den glaube ich die hier ist er hätte hand händler also h e n d l e r hätten habe ich schon als freund was so der so der ich dachte ja okay komm rein hier du kennst dich bei bei mir kann es weitergehen ah du mit du du bist es du hast du dich doch mit der diegel abgefuckt stimmt alter junge da will sich mit mehr im kreis rum sein er ist korrekt ja abonnierst du sind alle da hat mich schon abonniert oder ja ja du hast du mich schon abonniert ich habe ich bald aber ehre mann du bist der größte ehre mann ich habe alle abonnierten hier reingeschrieben haben außer dem herrn ausgenommen ich hatte nicht ablösen außer weh außer dich okay das haben außer dem der außerhalb der das team hat also juli habe ich abonnierst ich könnte deine so hart geschnitten juli wir abonnierten hast jetzt ich auch noch vier abos dann kommt für losung ich auch noch vier abos dann kommt für losung 10 euro ja also noch mal ich konnte nicht ich wollte wenn da einer wo youtube mann hat bekommt das nicht einfach die scheiße können wir mal spielen wo mit zwei g2 machen ich julian wir waren schon lange nicht mehr wir waren ein wir waren schon lange nicht mehr mit dem machen er mit jonas da was hast du mich auch abonniert ja hast du wirklich ihre haufte mann guckst du mir gerade noch zu ich habe 20 kp kommt letzte kill eigentlich hätte ich jetzt schon gewann chasen du aber 10 9 kills julian hat 18 wo wie wo was abonnierst ja ich bin abonnierst jetzt über ehren wollen ja so kräftig mann kommt 3 2 1 1 0 und meine willkommen ey komm mal auf 32 ey lass auf 3 im gleichen tanz 3 2 1 0 wer bist du du gleich bist du du bist du du komm du 4 1 2 juli mal die 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 rhein konnte ich eh nicht weil hier ist kein loch gibt ich mache hier kurz ein loch da oben ja das sind reingehungen ja gut nach macht also aber dann sind ist hiermit anders und müssen nur kurz ich julian ich julian gut nun kommen wir müssen da uns noch ein extra noch ein gott und hatte zu mir kommt aber gut hier kann man bitte rüber ich brauche eine kiste öffnen wir mal bitte eine kiste jason du optagloser julian leise ja dann sagt sie doch vor der fresse also jetzt ich habe ich kann